Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt mal wieder ein Speed-Bild, denn ich habe in meiner Legacy-Challenge einen Bruder rausgeworfen und der muss jetzt alleine wohnen mit seiner Frau und seinem baldigen Kind. Und da er ein Sulani-Kind ist und dort auch für immer leben möchte, wird es auch so bleiben, dass sie ein Sulani sind. Deswegen ist es quasi einfach nur ein anderes Grundstück. Und ja, deswegen sind wir jetzt in Sulani und ja, ich mag Sulani sehr, sehr gerne. Ich finde es auch cool, dieses halt quasi so, halt auf dem Wasser quasi bauen zu können und so. Ja, ich bin sogar relativ zufrieden. Also wie ihr seht, habe ich natürlich auch ein Budget, weil es ist eine Legacy-Challenge so und ich habe deren Geld halt aufgeteilt durch zwei. Und ich möchte das Haus von dem anderen Bruder möchte ich halt auch noch als Speed-Bild aufnehmen. Das wird aber nur eine Renovierung werden, das wird einfach nächste Woche kommen. Da könnt ihr euch schon freuen. Genau. Und ja, am Montag kam an die Uni. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann könnt ihr da gerne mal reingucken. Das würde mich sehr, sehr freuen. Aber nur, wenn ihr wollt. Weil, keine Ahnung, also die Sachen, die montags kommen, die, da habe ich das Gefühl, dass es nicht so oft gesehen wird, wie wenn halt mittwochs oder samstags, weil das sind ja meine regulären Upload-Tage und Montag kommt ja nur, wenn halt irgendwie extra halt irgendwie gerade was so läuft so. Und ja, deswegen nutze ich das ja zur Zeit für die Uni, wenn ich halt was anderes plane. Und deswegen, ja, wenn ihr das deswegen verfasst habt, weil ihr irgendwie nicht wisst, dass ich Montag auch ab und zu was hochlade, dann guckt da doch bitte rein. Also, bitte, bitte, bitte guckt, bitte. Oh je. Helft mir. Auf jeden Fall, das ist ja ein Budget-Bild. Und, ähm, ich hatte jetzt ja nicht so viele Möglichkeiten, deswegen habe ich das als Starter-Home auch in der Galerie hochgeladen. Ähm, ja, genau. Und, äh, die Galerie hat erstmal richtig rumgebackt, weil, ähm, ich habe das dann hochgeladen und es hat die ganze Zeit so weiter gedreht, also halt geladen, dass es halt hochlädt. Und ich war so, Bruder, das kann nicht so lange dauern. Ich habe locker zehn Minuten dann gesessen und war so, das könnte ich mir nicht antun. Und so, und dann habe ich einfach das Spiel geschlossen mit Alter 4. Und dann musste ich das aber nochmal neu starten, obwohl ich das Spiel eigentlich danach beenden wollte. Und ich so, okay, ich muss jetzt mal gucken, ob das jetzt wirklich hochgeladen ist, weil es wäre sonst ein bisschen doof. Aber es war hochgeladen und ich war so, okay, ich bin verwirrt in meinem Leben. Definitiv. Ähm, aber naja, passiert. Aber auf jeden Fall, ähm, ja. Ja, ähm, es ist in der Galerie online. Das könnt ihr euch downloaden, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, weil auf jeden Fall, es ist jetzt, ähm, dafür, dass es ja schon weiter in der Legacy vorgeschritten ist. Es ist natürlich jetzt nicht das krasseste Haus der Welt. Aber, es ist jetzt, glaube ich, dritte Generation. Ja. Ähm, aber es ist halt ein gutes Statterhome, denke ich. Deswegen, vielleicht habt ihr ja Bock, das mal zu benutzen oder so. Oder zumindest die Shell, weil die Shell finde ich eigentlich echt ganz gut. Auch wenn ich ja eigentlich nicht so der Grundriss-Typ bin. Wie wir schon öfter in meinen Speedpills durchgekaut haben. Aber, äh, ja. Das, äh, das sieht normal. Was soll man tun? Und ich hatte das alles nochmal ein bisschen anders geplant gehabt. Irgendwie mit meinem... Also ich habe irgendwie dann teilweise Räume vergessen und war so, oh, das funktioniert ja so gar nicht. Deswegen, ja, wollte ich das eigentlich dann so haben. Aber dann ist mir eingefallen, die kriegen ja ein Kind. Deswegen, ähm, ja, müssen die halt auch ein Zimmer für das Kind haben, ne. Das wäre sonst ein bisschen doof. Deswegen, ja, war ich so, okay. Dann muss ich das doch nochmal ändern, weil sonst hätte ich das halt einfach ein bisschen anders gebaut. Aber, ja, wie gesagt, das nächste Haus wird größer. Der hat auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, der andere. Deswegen, äh, gucken wir mal, was daraus dann wird. Das habe ich noch nicht gebaut. Das, äh, muss ich noch machen. Wenn ich halt das nächste Mal weiterspiele in meiner Legacy Challenge. Wenn ihr wissen wollt, was da eigentlich abgeht in meiner Legacy Challenge, dann könnt ihr mir auf meinem einen Twitter-Account folgen. Ähm, der heißt atmoolisims. Ähm, dort poste ich ganz viel zu dem, was ich über Sims denke und was, äh, was ich halt so in meiner, äh, Legacy Challenge gerade so mache. Oder auch allgemein in meinem privaten Spielen. Aber normalerweise spiele ich nur die Legacy Challenge. Deswegen, ja. Ähm, aber ich habe, ähm, drei Accounts, die für euch alle zugänglich sind. Deswegen, ähm, ja. Also mein Hauptaccount ist Genuvu. Das ist aber alles auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ein Account, wo ich meine Videos immer teile. Deswegen, wenn ihr vielleicht dann mehr mitbekommen würdet, dass meine Videos kommen, dann folgt mir doch dort. Denn, ähm, ähm, folgt mir allgemein auf Twitter. Wenn ihr Twitter habt, weil, keine Ahnung. Also, wenn es Infos gibt oder so, oder ich mal wieder eine Umfrage mache oder so, dann könnt ihr da halt mitbestimmen. Und das ist doch eigentlich cool, wenn ihr meine Sachen guckt. So, dann, ja. Guckt mal in die Beschreibung. Ähm, da ist auch Instagram verlinkt. Ist da noch irgendwas verlinkt? Meine Origin-ID. Also, falls ihr das runterladen wollt, dann, ähm, guckt da mal. Heißt sie da Mooli-Girli. Wenn ihr nicht wisst, wie das geschrieben wird, dann guckt halt in die Beschreibung so. Ähm, und sonst. Äh, habe ich noch irgendwas verlinkt da, was vielleicht interessant werden könnte für euch? Äh, ich glaube nicht. Ich habe eigentlich gar nichts mehr, oder? Obwohl, doch, mein Tumblr mit meinen, ähm, CC. Ähm, da könnt ihr natürlich auch gucken, wenn es euch interessiert, wo ich meinen CC hernehme. Da ist natürlich bei Weitem nicht alles, aber schon einiges so. Und, ähm, ja. Das meiste ist dann einfach nur von denselben Creatoren tatsächlich. Deswegen, ja. Wird das schon irgendwie passen. Gut, ähm, ja. Ich habe dann bei der Küche gemerkt, dass das Budget sehr, sehr gering ist. Weil ich wollte eigentlich mehr Counter platzieren und war dann so, oh. Also, das ist nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Deswegen habe ich dann ein paar Counter entfernt. Ich glaube, es sind nur noch einen. Aber es war halt erstmal schon genug Geld. Ich habe ja sogar schon die möglichst günstigsten genommen. Und ich habe trotzdem kaum Geld gehabt. Deswegen war ich so, mhm, why? Und ich musste halt allgemein die ganze Zeit gucken, was ich halt dann irgendwie da noch verkaufe oder so, damit ich irgendwie an Geld komme. Und das ist halt ein bisschen kritisch gewesen. Ich habe, also ich kann einfach nicht mit so einem Budget vernünftig bauen. Also so, dass es dann auch am Ende schön aussieht. Weil, ähm, wenn man zurück scrollt an meinen Legacy Challenge Fred von meiner zweiten Generation, ähm, ist sie ausgezogen mit nur richtig wenig Geld. Und sie hatte noch nicht mal, äh, also sie hatte halt alles Nötige im Haus. So ziemlich. Also größtenteils zumindest. Ähm, aber ihr Haus hatte einfach, ähm, keine, ähm, keinen Anstrich, keinen Wandanstrich. So, das sind Dinge, die sind halt, das sieht halt echt nicht schön aus, so, ne? Deswegen, äh, ja. Aber vielleicht lerne ich irgendwann noch vernünftig mit Geld umzugehen in Sims. Das wäre sinnvoll. Ja. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich schon, das andere einzurichten, weil da muss ich keinen Grundriss bauen. Deswegen, äh, das ist dann schon mal fertig, weil Grundriss, finde ich, ist immer am schwersten. Und da dachte ich mir so, ja, vielleicht ein Fernseher, dieser ganz günstige, so. Aber selbst dieser Beistelltisch war schon zu teuer, um da einen Fernseher hinzustellen. Deswegen war ich so, okay, dann halt nicht. Dann stellen wir einfach ein Sofa hin. Weil, warum eigentlich nicht? Also, der, der Eingangsraum ist halt sehr, sehr leer. Aber, ja, da kann man jetzt halt leider auch nichts mehr daran ändern, ne? Das, ähm, ist doof. Aber mit dem Teppich habe ich dann doch noch ein bisschen was retten können. Weil ohne Teppich würde es halt noch schlimmer aussehen. Das wäre natürlich ein bisschen doof gewesen. Ähm, aber, ja, das, äh, hat sich ja alles geregelt. Und das hier habe ich nur platziert, weil es halt, ähm, null kostet. Also, halt, null Simoleons. So, deswegen dachte ich so, okay, dann kann man das auch nochmal ein bisschen als Deko-mäßig da irgendwie hinstellen. Damit die überhaupt irgendwas als Deko da haben. Weil, ähm, die haben ja gar nichts so an Deko. Also, beziehungsweise eigentlich, ja, wirklich, ja, eigentlich gar nichts. So, außer halt jetzt die Garderobe da, damit es nicht ganz so leer aussieht, so. Also, und das Kind kriegt jetzt halt noch so ein bisschen sowas, weil das halt sonst ein bisschen sehr leer wäre für ein Kinderzimmer. Also, also, wenn ich da als Kind wohnen würde, ich wäre ein bisschen, ja, ne, also fände ich doof. Aber, ähm, ja, es passiert, denke ich, einfach mal. Gut, wir gucken uns jetzt hier noch unsere Screenshots an, damit wir nochmal genauer sehen können, was hier eigentlich abging im Leben. Ich hatte bestimmt noch günstigere Tapeten benutzen können oder so, um noch Geld zu sparen. Aber ich wollte es halt in dem Stil halten und ich fand das sehr, sehr schön. Deswegen wollte ich das jetzt nicht mehr ändern. Und, ähm, ja, ist halt jetzt so, ne, kann man jetzt nicht mehr dran ändern. Also, ich bin relativ zufrieden damit. Für das, was es halt ist. Für das Budget. Für das, ne, you know what I mean. Und, ähm, ja, deswegen, denke ich, gibt es da nicht mehr so viel zu sagen. Ich finde, ähm, auch wenn das Schlafzimmer sehr, 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 sehr leer ist. Ich finde es schön, weil es, ähm, nicht so leer wirkt, dadurch, dass es halt, ähm, diese Tapeten hat. Aber, ja, ähm, wir sehen uns jetzt das nächste Mal einfach wieder. Bis dahin und Tschüss! Tschüss!